Okay, weiter geht's. Und ich hab da paar Sachen gemacht. Zuerst mal, ich hab das hier angesammelt, damit der Meteor-Kombination jetzt lernt. Okay, das haben wir jetzt auch gemacht. Und Ausrüstung hab ich in Energie anbaut, das gibt ein 300 TP und das ist alles. Okay, ich hab ihn auch ein Level erhöht, der ist jetzt Level 23 und die Kämpfe, die die Kämpfe, die alt sind, also die Gegner, die wir schon kennen, werden einfach rausgeschnitten. So. Das wollte ich einfach sagen. Und keine Sorge, ich werde euch die Meteor-Kombination noch zeigen. Okay, Schalter. Auf dem Boden ist eine Vertiefung, willst du darauf treten? Ja. Das werden jetzt nicht weiterkommen, würde ich mal sagen. Oh. Okay. Ich habe gerade die Meteor-Kombination ausprobiert und die ist heftig. Okay. Und was geht jetzt kaputt? Der hintere Teil. Ja, ich wusste es. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Zufallskämpfe werden wieder rausgeschnitten, wie immer. Ach, die Zufallskämpfe nerven langsam. Jetzt geht der restliche Schwanz weg. Was habe ich gesagt? Aber ich gehe jetzt noch nach rechts und so sehen, was da ist. Okay. Ähm. Geht jetzt der obere Teil weg? Der Kopf. Okay, jetzt haben wir da alles weggemacht. Okay, jetzt gibt es noch einen Weg. Okay, jetzt habe ich schon 300 AP. Also ich werde das auch noch 500 machen, weil ich noch eine Meteor-Kombination auf Level 2 machen will. Und ich habe bald genügend Karotten. Wollte ich kurz erwähnen. Und wie bei Rago Zero, danke, dass du meine Videos jetzt anschaust. Obwohl du ein Stamm- ähm- Kommentarschreiber eigentlich von Final Messenger bist. Danke dir für deine Kommentare, wie immer. Also jetzt, wenn du öfter schreibst, danke dir. Und die ganzen anderen, die mir Kommentare schreiben, wie Devil Inside und die ganzen anderen, deren Name ich noch nicht ausländisch kenne. Entschuldigung. Vielen Dank für die ganzen Kommentare und Feedbacks. Und sehen wir, was passiert. Ja. Oh. Und wer taucht auf? Haben die gerade die zwei Schlangen einen Zungenkuss verpasst? Wo zum Geier bin ich? Versteckte Kamera, hallo? Oh. Willkommen. Wir scheinen einen Gast zu haben, Prinzessin Schlange wartet schon. Komm nur herein. Hier kannst du deine, hier kannst du deine tiefsten Bedürfnisse befriedigen. Hä? Prinzessin Schlange? Richtig einfallsreich. Prinzessin Schlange. Hm. Hm. Prinzessin Schlange. Hm. Selbst jetzt kommen noch zufällige Scheiße. Ich werde jetzt einfach mal rumkämpfen. Ihr werdet sowieso das nicht merken. Also ich werde sowieso die Kämpfe rausschneiden, bis ich 500 habe und ein Level Up dazu bekommen habe. Heilen wir uns kurz mal. Damit ich mich nicht sofort, äh, so total beim Gegner verkacke. Ich will nur bis Level 24 machen. Ich schätze mal noch zwei Kämpfe oder so, oder mindestens drei. Oder maximal drei, genau gesagt. Bis ich ein Level Up bekomme. Ja, ist klar. Ein Kampf noch, so. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Boah, noch 77 Erfahrungspunkte und dann habe ich jetzt mein Level Up. Komm schon. Zieh dich nicht so. Okay, endlich geschafft. Level 24. Und das werden wir jetzt auch mal verstärken. Immer noch keine Spielzahl, Taka. Okay. Muss ich die alle auf Level 3 machen, mal so. Hm. Alle Fäger. Ja, okay. Jetzt gehen wir mal zu der Schleimkönigin. Oh, Schlangenprinzessin. Ach, Mann, halt's wieder. Boah. Herren, wir haben einen Gast. Wer ist das denn? Was, einen Gast? Oh, so ein feiner Mann, genau mein Typ. Hallo. Ich wusste gar nicht, dass Meister Kaio ein Mädchen ist. Und auch noch hübsch. Oh, findest du wirklich? Wie charmant. Oh, mein Herz hört gar nicht mehr auf zu klopfen. Oh. Die Herren waren nicht mehr so aufgeregt, seit Emma Dayo sie besuchte. Oh, Emma Dayo war hier, ihr erster Liebhaber. Ganz recht, er war ein Ehrenmann. Genau wie du. Das war vor 500 Jahren oder so. What? 500 Jahre? Ja. Ha. Wie auch immer, Meister Kaio. Ich bin bereit für mein Training. Das ist nicht Meister Kaio. Das ist Prinzessin Schlange, die Gewinnerin des Schönheitswettbewerbs im Jenseits. Was? Du bist nicht Meister Kaio? Ich muss weg. Voll hochgenommen. Was? Du kannst doch nicht. Warte doch. Hier gibt es Futter wie von Mutter. Ich hab's heilig. Bitte geh nicht. Tut mir leid, aber ich muss. Die Erde wartet auf meine Rückkehr. Bist du sicher, dass du nicht bleiben kannst? Ganz sicher. Ich muss jetzt los. Ich glaube, jeder normale Mensch hätte sie jetzt gefögelt oder so. Oder hätte die Chance benutzt. Aber jetzt passiert was. Wie konntest du nur? Ich bin die Göttin des Schlangenwegs und lebe hier seit 1500 Jahren. Wie konntest du mich nur so blamieren? Du gehst nirgendwo hin. Hast du verstanden? Dumme Schlampe. Meteor Kombination. Erstmal kurz zeigen, was das ist. Seht euch mal den Schaden an. Und... In your face. Aber scheiße, dass ich alleine gegen die kämpfen muss. Was machst du da? Ach du Scheiße. Meteor Kombination. Ich hoffe, die sterben schnell. Ich hoffe, dass... Ja, okay, die sterben schnell. Das ist gut. Keiner ist gekommen. Oh. Okay, du willst auf die harte Tour. Ich gröne mir jetzt in der Zeit mal ein Kaugummi. Töte sie. Gut so. Ja, tritt mich das, Domino. Na, ne, Banda. Jetzt nochmal mit der Kombination. Ja, verstärk dich ruhig. Komm. Verstärk dich. Ich mach mir mal bei dir. Kamehameha. What the fuck? Energie werden Kombo. Oh nein, Mann. Machen wir die mal so. Angriff auf die nochmal. Leck mich, du kleine... Domina. Stirb. Danke. Leck mich doch die ganze Zeit, Mann. Stirb. So, und nochmal mit der Kombination, weil es so schön war. Ich glaube, ich kriege mehr Erfahrungspunkte, je mehr ich von dieser schlampen töte da. Und tot. Stirb. Ähm, okay. Endlich, verdammt. Oh. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Vier Karotten. Hey. Jetzt hab ich die hochgenommen, oder? Puh, das ist nicht gut. Ich muss hier schnell nichts verschwinden. Warte, ich lass dich nicht gehen. Okay, du lass mich nicht gehen. Schön zu wissen, aber erstmal alles untersuchen. Erholungsfrucht. Seht ihr, Leute? Erstmal alles untersuchen, dann ist es auch was Gutes. Äh, Erholungsfrucht, Erholungsfrucht, Erholungsfrucht. Tö-Din. Okay, das haben wir jetzt auch. Geht, wir müssen das speichern. Kann man ja immer gebrauchen. Und runter. Ich geht. Was? Warte, wie viel Leben hab ich? Okay, das geht, ja. Ich muss jetzt... Ey, wie soll ich da denn durchkommen? Verdammte Wichsscheiße. Und keine Sorge, da sind immer noch die alten Scheiß-Monster. Ja, leck mich doch. Weiter geht's. Endlich. Ich hoffe, es kommt kein Kampf. Ich hab mich jetzt trainiert. Ach, abgeschnitten. So leicht entkommst du mir nicht. Ich muss zum Meisterkai aus dem Weg. Ach, ach, ach. Zerschmelzen sollst du, du elendes Abbild vor deinem Mund. Ach. Mundgeruch. Ach, du heilige Scheiße, Mann. Ist klar, dass... Ach, die Leute regen mich so auf. Jetzt muss ich nochmal gegen dieses Schlammpier kämpfen. Ich hoffe, ich überlebe es auch irgendwie mit den Leben, die ich hier habe. Meteor-Kombination. Wenn ich dann Ultra-Fähigkeit hätte, hätte ich sie schon längst eingesetzt, aber hab noch nicht so viel AP bekommen. Oder Fähigkeitspunkte, genauer gesagt. Äh, ja, das hier. Ich weiß, es ist eintönig und langweilig, eigentlich die ganze Zeit die gleiche Attacke zu benutzen, aber... Es hilft nicht, man muss es eher bei der. Und das ist besser die stärkste Attacke, die ich habe. Äh, mach ja mal kurz, kann ja mehr, um ein bisschen Abwechslung zu bekommen. Und nachdem muss ich sowieso Cut machen und dann ein bisschen schneiden. Kann mir mehr. Okay, ein auf Feuer tun machen, okay. Feuer. Wartet mal gleich kurz. Wartet. Okay, weiter geht's. Äh, scheiße. Große Bohne. Ich muss mir erst heilen. Bevor ich mein Gift heilen kann. Ach, scheiße, man. Gift Erholung. Okay. Gift Erholung. Ja, ist schön zu wissen, dass er nicht mehr vergiftet ist. Angriff. Leck mich doch, du verdammte Hurentochter. Mittlere Bohne. Boah, ey. Ey, wer das gewusst ist, dass er hier in euren Kampf kommt. Ey, willst du mich jetzt schon komplett verarschen? Ey, wirklich jetzt? Willst du mich komplett verarschen? Oh, scheiße, man. Meteorkombination, komm. Nach dem Kampf musste ich das... Stirb, verdammte Scheiße. Hast du noch mit dem verdammten Gift? Ah. Endlich. Endlich, verdammt nochmal. So. Okay. Und, was sagst du jetzt? Bis später, jetzt muss ich wirklich los. Nein! Ich will es nicht. Ich verschwinde. Oh. Kann ich wieder rein? Tut mir leid, Prinzessin Schlange, aber ich muss weiter. Okay, ganz stumpf. Einfach mal sagen, tschüss. Wieder mal so eine traurige Musik im Himmel. Okay, ich hör auf. Ich glaube, ich mach das so lange, bis ich bei Meister Kairo bin und dann mach ich einen Cut. Bin ich da? Anscheinend schon. Ich gehe da nicht, der geht alleine im Zickzack. Ich weiß nicht, wieso. Ich bin vergiftet, verdammt. Bin ich müde? Wie lange soll das noch gehen? Das ist kein... Da ist kein Ende in Sicht. Wenn es so weitergeht, bin ich erst in einem Jahr bei Meister Kairo. Oh. Yep, du hast es geschafft. Da ist es. Der... Der Schwanz. Ich hab's geschafft. Geschafft. Und wo ist jetzt Meister Kairo? Moment mal. Das ist ja gar nichts. Na toll, das soll wohl ein Scherz sein. Oder guck nach oben, guck nach oben. Hm. Da ist ein Planet. Da schwebt einfach was Rundes in der Luft. Ein Mini-Planet. Da, da ist Meister Kairo. Und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.